Oh, endlich ein gutes Game. Jetzt komm ich! Alter! 2-1-1. Achso, sorry, wo muss ich rüber? So, jetzt, wir kommen zurück, jetzt beginnt es wirklich. Und wir haben weitere Rätsel schon gelöst für euch, damit ihr sie nicht mehr lösen müsst. Schwimmen im Staat. Ach, der dreht sich jetzt von selber. Ihr müsst einfach gar nicht mehr denken. Wir machen das schon für euch. Ihr müsst einfach Vertrauen haben. Gebt uns einfach alle euer Geld und Straffreiheit. Genau. Und, ähm... Unten könnt ihr dann, äh... Oh, 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 oh. Das ist krass gemacht. Hä? Außerdem brauchen wir einen freien Zugang zu Prostituierten und Drogen. Aber sonst nix. Sonst. Wieder mal S-K-A-N-D-E. Aber sonst bin ich doch mit allem zufrieden. Aber das will ich halt noch und das will ich halt noch. Ah ja, das ist... Ja, wie dieser... Das war so witzig. Ein Kollege von mir hat das mal gesagt. Ah ja, ich brauche jetzt nur noch Gefriertruhe. Und dann habe ich alles. Und dann habe ich mir gedacht, nee, so funktioniert der Kapitalismus nicht. Und witzigerweise hast du schon zwei Jahre mal was Ähnliches gesagt. So, ja, ich habe jetzt das für die Wohnung und jetzt habe ich eigentlich alles. Aber das ist halt Beispiel von Zoom. Man kommt immer, ich brauche doch noch das und das und das. Ja, und dann geht was kaputt, wie jetzt der Fernseher neulich. Und dann merkst du schon, du brauchst doch wieder neuen Fernseher. Und der ist ja komplett, du konntest ja nichts dafür. Er ist ja einfach so kaputt gegangen. Richtig, genau, ja. Wenn jetzt irgendein Affe den Controller auf dem Boden gerotzt, hätte er so ab in voller Wut, dass er in den Fernseher springt. Dann wäre es was anderes, ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Du musst... Ja, ich weiß schon, was ich machen muss. Okay. Du musst mir sagen, jetzt, dann springe ich. Jetzt. Wie unsere Ehe. Ja. Down the train. Down the train, ja. Wieso, dieser Apfelseite? Ja, ja, genau. Eklig. Okay, wenn mir vertraut, dann kannst du rüberspringen. Das war wieder mal ein Fehler. Du musst es übrigens zweimal machen, ja? Okay, also, dude, one, two, three. Aber fast. Jetzt. Nee, wir machen das so. Ich sag ganz kurz vorher, jetzt, okay? Und dann springe ich. Jetzt. Ja, und es klappt auch so gut. Ja, ja. Das geht echt super schnell bei dem. So, jetzt du. Vertraust mir, oder? Natürlich. Alter. Entschuldige, ich kann nicht meine Falle locken, du stirbst schon von selber. Boah, das war auch knapp, da hab ich mir gar nicht zugetraut, dass ich so reagiere. Das war Intuition, ich hab's dir ja schon, ich hab's dir schon vor zehn Minuten gesagt, wann ich springe. Ich bin im Schlaf heute Nacht, ich bin eingeflüstert. Flüstert. Was, wie der Mikrochips, weißt du, der Staubsauger, als ob? Ja. Das war doch Platin, übelkrank. Ja. So stellt sich's aber die Tochter wahrscheinlich vor, ne? Irgendwie, und dann ist's... Dann ist's halt so. In deiner Welt ist es dann so, ne? Und so ist's ja auch. Deswegen funktionieren ja auch Affirmationen. Aber wo, wo ist der Eingang? Ach, da vorne, geil. Oh, please be gentle. Hat einen guten Flow. Hm, mega angenehm zu spielen, ne? Ich sag ja, das könnte man fast ganz aufnehmen. Gibt ja viele so Spiele, wo man dann mal stecken bleibt und dann mal irgendwie 20 Minuten rätselt, was auch Bock macht. Was war da? Da war doch grad was drin. Alter. Was war das? Da ist's nicht. Der macht es, egal wie's machst. Ich meine, wir können's zu zweit schaffen. Dass ich draufhoffst und dann du, wenn ich halt nicht zermalmt bin. Ja, wir können's probieren. Aber ich weiß nicht, wo das war. Na, egal, ich kann mal weiterkommen. Warte, dann. Kannst du probieren? So, jetzt spring ich. Und wenn sich's dann gedreht hat, springst du, okay? Nee. Der Sack. Hä? Also, wenn's nicht, vielleicht ist's ein Geheimnis, vielleicht stellt sich's, kommt's noch draus. Ey, lass trotzdem auch probieren. Dann fern die Idee gut. Aber, ähm, auch stimmt, weil, ne? Vielleicht bin ich nämlich einfach grad zu früh gesprungen, keine Ahnung. Nee, es sah für mich gut aus, eigentlich. Also, der hat dich irgendwie durchgesprungen. Ja, ich bin durch, ja. Soll ich nochmal? Ja, nochmal. Okay. Nee, das kommt ja dann noch, der macht nicht klappt. Tja. Weiß ich nicht. Dann ist das wohl nicht so. Also, für 40 Euro finde ich von mir ne... Boah. Ne klare Kaufempfehlung. Absolut lohnenswert. Verwirrt sich starken. Verwirrt sich starken. Ja, gut, aber wenn du jetzt überlegst, wie viel Bier du jetzt am Wochenende verwirrt hast, Verwirrt sich starken. Das stimmt auch wieder. Und das Bier kann ich alleine trinken. Das Spiel kann ich ja nur mit nem Freund spielen. Eben, genau. Richtig, ja. Das muss ich auch mal überlegen. Das Bedenken, weißt du, bei der Rechnung. Mit dem Bier brauchst du keinen Strom und so. Ja, das ist überhaupt kein Mensch mit dem Rechnung. Nee. Warum schaffe ich nicht diesen Sprung an? Muss ich ja auch überlegen, was für Vorteile ist, wenn alles das klingt. Und nett, du deinen Freund kannst umsonst mitspielen, ohne das Spiel zu kaufen. Ey, wenn ich geh hin dann eigentlich. Mit Playstation Plus. Ja, genau. Und du kannst es danach wieder verkaufen. Dann hast du für 10 Euro drei geile Abende gehabt mit nem Freund zusammen. Oder mit nem Bier. Also mein Freund, das Bier. Das finde ich auch geil, diese langen Fahrten. Ja, das ist cool. Das ist so Achterbahn-Style. Das wird dir bei Skyward Sword gefallen, wenn du jetzt drin zum ersten Mal spielst. Wow. Ich muss hier aber noch. Nee, ich glaub nicht. Hast du gesehen? Ich hab's schon umgestellt. Ah, warte, ich glaub. Einer muss rüber. Genau, du musst jetzt rüber hopsen. Ah, da nicht. Gleich da. Ach ja, genau. Ich muss jetzt wieder springen und dann musst du's umstellen. Also warte, oder ich... Willst du springen oder soll ich? Ich springe. Okay, dann sag mir. So. So lieblos wie deine Ehe. Du dick. Du dick. Okay, let's go. Let's go. Cool. So, jetzt willst du mir helfen, dass ich rüberkomme? Hey, Cody. Könnt ihr jetzt helfen oder ich kann in der nächsten Episode helfen? You can do that if you really want. Ja, guck mal mal. Jetzt werden die Episoden jede Folge kürzer eine Minute. Ob der Herr Reibach muss fließen? Ja, das sagt ja. Ohne Reibach. Kein Malbach. So ist es. Irgendwann ist es einfach nur noch so eine Minute dreißig für Episoden. Wie die eine Folge. Und der Schnitt ist viel anstrengender als überhaupt. Ich hab doch vor... Vielen Dank.